Bevor das Video jetzt losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis zu meinem Partner Aoware. Auf der Seite könnt ihr Rocket League Keys, Items und Chests kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt bekommt ihr auf euren Einkauf nochmal satte 3% Rabatt. Der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn gerne ab. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit Repaz zusammen. Hallöchen! Wir haben lange nicht mehr zusammen... Ja, ist es schon ewig kalten her bei mir, um ehrlich zu sein. Ich kann das Spiel gar nicht mehr. Ich gehe da hin, okay? Ja, ja, geh ruhig. Ich bin in der Mitte. Dann nimm. Ah, wie schön. So muss der Anfang sein, Leute. Genau so. Also, ich muss sagen, ich gebe jetzt andere Bildschirme und ich muss... Wirklich, also ich habe jetzt ein 27 Zoll. Vorher hatte ich ja ein 34 Zoll, aber jetzt habe ich halt mich verkleinert, um eben drei Bildschirme zu haben. Und das fühlt sich schon anders an mit so kleineren Bildschirmen irgendwie. Nice one. Schön. Den habe ich. Ah, nimm den mal ruhig. Ja, ist noch heiß für dich. Ah. Naja, 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 naja. Oh, schönes Ding, aber ich knirre da nicht mehr hin. Ah, schön. Knapp. Ich habe einen gerammt. Jetzt wird es ein bisschen eng. Ich habe einen gerammt, zum Glück. Immerhin. So. Nimm. Oh. What the fuck, ey. Lall. Der schlägt aber voll dann vorbei. Was war das denn gerade? Wir wollte ich eigentlich noch hochnehmen, aber irgendwie... Lall. Naja, ähm, ich halte übrigens noch ein bisschen, Leute. Das sieht daran, dass ich, äh, mein Raum ist noch nicht ganz so ausgefüllt, deswegen ist alles noch ein bisschen jahalig, aber das wird in den nächsten paar Wochen deutlich besser. Ja, und ich kann auch schon mal ankündigen, Leute, ja, ich weiß ja nicht genau, ob ihr da, äh, wann die Folge kommt, aber habe ich nochmal, aber ohne Boost leider. Ja, mach einfach dann hoch. Jo. Ähm, und zwar wird es einen ersten Reunion quasi wieder umzugsendlich umgezogen Livestream geben, und zwar am Freitag, Leute. Ja, also für euch schon mal merken, Freitag wird es einen Livestream geben, äh, diesen Freitag. Ja, egal, die Folge bringe ich schon so raus, dass es passt zeitlich. Schönes Ding. Äh, Freitag, ich denke mal abends so ab ca. 20 Uhr, lol. So ab 20 Uhr vielleicht, so Primetime-mäßig oder so, also habe ich sehr gerne schon immer, äh, vermerken oder mir auf Twitter folgen, um nichts zu verpassen, Leute. Oh, der wird gefährlich, sorry. Ja, ich weiß. Das war mein Fehler leider da, den Ball so zu spielen. Also Freitag den, ich glaube, der Zweite müsste das sein, der Zweite, nee, der Erste, nee, der Zweite. Irgendwie so. Das ist der Zweite, der Zweite. Freitag auf jeden Fall. Richtig. Freitag auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Zweite, ja. Schönes Ding, machst du selber. Ja, ich brauche jetzt einen Boost. Hoch nochmal. Ah, ich versuche, leider nicht bekommen, aber wir spüren ja immer noch. Lol. Oh, wenn er jetzt reingeht. Hast du aber nochmal. Oh, lol, okay, den hat er voll. Oh, lol, ich gehe nach hinten. Oh, sorry. Ich gehe mal drauf, dann. Ich würde eigentlich nur den Boost haben. Brauchst du den Boost? Nö, nö, ich habe 91. Ich habe gar keinen Boost. Jetzt. Das war... Ja, sorry, war scheiße von mir. Ich weiß. Fortgerammt, aber nicht schlecht. Oh, oh. Boah. Tadaa, ich war nicht mehr Boost. Ich habe keinen Boost. War nice gemacht. Immerhin. Scheiße, ey. Ach, toll. Aber ich bin auch hochgegangen, weil ich dachte so, ich muss auch mal versuchen, da hochzugehen dann. Der hast du gut bekommen. Der war nicht schlecht gemacht. Also, das war nice. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Kriege war. Ohne Boost ist halt immer so... Ja, ja, ich weiß. Ich bin dann auch so ein bisschen... Egal, 2-2. Wir hatten gute Runden. Der eine ist nicht ganz so... Der eine ist nicht ganz so stark gerade. Oh, ja. Der ist vielleicht ganz nice. Ja, der hat er. Deiner jetzt. Oh, ja. Ich muss ihn antizipieren, wo er ihn hinspielt. Oh, oh. Der darf jetzt nicht reingehen. Oh, mega wichtig. Hätte ich aber auch nochmal gehabt. Ah, ich dachte mir so, ich stehe vorne, dann kann ich auch sowieso hingehen. Der wird schwer für mich, leider. Oh, minimal nicht probiert. Aufpassen, nicht zurückspielen. Hab einen tot. Der ist weg. Der ist nochmal weg. Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen. Hast du aber noch jetzt, oder? Ja, ich bin hier so ein bisschen Akrobatik am Start. Hab ich gesehen. Er wird hochgehen. Ah, kommen wir nicht dran. Auch nicht so geil. Okay, erstmal weg. Oh, oh. Alles gut, ich bin vor. Er ist weg, hab ich. Du vielleicht. Ich geh nach hinten. Okay. Ja, übernimm gerne. Super. Oh, lol. Alles cool. Oh Gott, kommen wir nicht hin. Wichtig. Oh, der ist aber drin jetzt. Ah, hast du noch. Ah, nice. Lol. Er verfehlt den Ball und ich check es dann nicht. Oh, aufpassen. Also, die sind auch so, dass die ganz, ganz. Dass die ganz, ganz oft einfach den Ball auch nicht blockieren, weil die denken, der Maid hat. Den lass einfach liegen. Hast du? Naja. Aufpassen, deiner. Der andere ist Outplay, glaube ich. Bei dem Zor. Ja, hast du. Hast du nochmal? Ich fahre hin. Toll. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh, okay. Nein. Nein. Okay, die Verlängerung. Ich geh drauf. Aber jetzt faken, die. Weil das ist halt der typische, jetzt muss man faken, Modus oder auch nicht. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ah, nicht reingekommen. Aber der auch nicht. Ja, der aber. Ich komm schnell, jetzt geh zurück. Ja. Wichtig. Deiner jetzt. Nee. Geh nur nach hinten, bitte. Du nehmen, du nehmen, du nehmen. Ja, gleich. Okay, alles super. Jetzt deiner. Oh Gott, der ist ja da gewesen. Da muss ich ganz schnell nach oben springen. Au. Ah, der war richtig schön. Ich bin oben. Hab ihn gerammt. Hast du ein bisschen Zeit? Hast du? Nein. Oh, lol. Boah. Hau ich nach vorne. Hab ich nochmal. Ich bin, ich bin mit. Weil der einen, Kordi hat keinen Boost. Ja, sorry. Aber wenn ich hochgeil kriegt, der ist ja so geil. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja. Schönes Ding. Bin vor. Gefährlich. Anders ist aber nicht da. Doch, jetzt kommt er. Ich übernehme. Warte, warte, ich übernehme. Ja. Komm, wir einmal drauf. Flieg, flieg. Spring. Ha. Oh, oh. Gefährlich. Hab keinen Boost. Achso, trotzdem. Ich bin tot. Boah. Oh, aufpassen, aufpassen. Das ist cool. Okay. Oh, wo kommt er? Oh, ruhig. Nein, kommen wir nicht dran. Nein, ich hab nicht. Kannst du nehmen? Ah, da war's. Ja, ich wusste nicht, dass du da bist. Hab ich einmal lasst? Boah, jetzt bin ich auch mit nach vorne gegangen, weil ich alles geben wollte. Alles gut, ich bin schon wieder hinten. Hast du den? Dann geh ich ins Tor. Ja, ja. Wichtiges Ding, schön. Nein, ja, 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 ja. Schill gemacht. Richtig schill gemacht. Erste Runde gewonnen und der lief sofort. Das war aber ein geiles Match eigentlich, um ehrlich zu sein. Also es war nicht schlecht. Und vor allem von schlechten Eltern. Das war ein geiles Match, weil es auch halt mega, mega spannend war. War es auch. Also erste Runde kann man echt mal so nehmen. Gleich geht es weiter in der zweiten Runde. Bis gleich. Willkommen zurück. Rebatz ist Champion, by the way. Also habe ich eben erst gesehen. Der hat mir eine Überraschung in den Coop gelegt. Ja. Oh, oh. Wird gefährlich, denke ich. Kein Boost, leider. Alles gut, ich habe Boost. Oh, sorry. Ja, deiner vielleicht. Ja, ich muss mir erstmal hier so einen Boost holen. Also der andere Tief wäre ein bisschen forscher da. Der ist gut, der Wall. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Oh, schade. Hast du aber? Noch nicht. Oh, der ist weg erstmal. Jetzt. Habe ich ihn tot. Kannst du weitermachen? Ja, ne? Ja, schönes Ding. Aber ich brauche Boost. Ich geh auf dann. Ich geh da mal kurz Boost, ja. Was machen die denn da? Ja, mach weiter. Hinter dir kommt jetzt wieder einer. Ja, keine Ahnung, ey. Ich hätte da abgewartet ohne Ende. Auffassen. Hast du aber jetzt. Hab keinen Boost. Nice, wichtig. Machst du rein, oder? Schön. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Habe ich schon ein Tor gemacht heute? Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Aber ich glaube noch nicht. Nee. Egal. Mach ich auch nochmal irgendwann. Ah, doch. Hab ich doch gemacht. Das 2 zu 0 hab ich gemacht. Da habe ich doch keinen Plan. Flieg. Das machst du. Nein. Wenn ich nicht ran worden wäre. Ja, leider nicht reingemacht. Ja, Marien. Oh nein. Schade. Was? Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nee, nee. Nee, nee, nee. Kannst du blöd wieder gar nicht. Ich dachte nur, du wolltest dich vielleicht noch selber reinmachen. Dann hättest du dich bestimmt rausgehauen wieder. Nee, nee. Boah, ich sehe, die machen einen schnellen Anstoß. Aber den kannst du so gut rebounden, finde ich. Einen schnellen Anstoß. Ja, der ist immer easy eigentlich. Wenn man es einmal drauf hat. Alles gut. Geh ruhig hin. Ja, nochmal. Ah, schade. Ich habe da ein bisschen abgebremst. Schön. Ja. Nee, nee, Kollege. Ah, komme nicht mehr dran. Aufpassen. Da hast du aber noch. Ich übernehme mal kurz. Ah, schade. Muss nur einmal haben. Jo, jo, habe ich. Ich habe ihn gerammt. Nice. Hab keinen Boost. Ah, ich bin ein Tor. Jetzt ein bisschen Boost habe ich. Nicht berührt leider. Nein. Ah. Ah, schade. Shit. Nicht mehr hingekommen leider. Da will er mich rammen. Ich war so Vollspeed, dass der mich gar kein bisschen abgebremst hat. So, das war schon was. Ja, was hat er eigentlich schon? Der hat so ein Toy Story Build, oder? Ja, kommt rein. Ah, flossen. Ah, sorry. Verkappt. Wollte er den Boost zuerst nehmen und nicht den Ball. Das hätte ich anders machen müssen. Er hätte zuerst den Ball annehmen müssen, aber so war das ja total blöd. Und dann nicht die Rückwärtsrolle. Aber wieder 2-2 nach einem 2-0, wie eben. Also mal gucken, wo es hingeht, die Reise. Ja, das ist halt einfach, die zu predikten, aber leider nicht reingemacht. Aufpassen. Hast du? Ja. Deiner jetzt. Ja, ohne Boost war schwer. Kein Boost, immer noch nicht. Jetzt aber. Schön. Immer noch kein Boost. Fahr da hin. Kein Boost. Jetzt habe ich Boost. Schön gemacht. Super. Du hast erst gerammt. Ja, wichtig. War schön. Kein Boost. Schön. Ah. Ah. Den habe ich zu spät gesehen, leider. Ich wusste nicht, wo ich mich da hinrotieren soll. Wir müssen wieder ein bisschen das Spiel aufnehmen. Wir machen gerade sehr viel Defensivarbeit. Nur müssen wir wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Mal gucken, ob das das wird oder nicht. Ich fahre einfach mal nach rechts. Vielleicht bekommst du den irgendwie da hin. Aber den Anschluss ist halt schwer. Aber ist noch nicht drin. Oh, doch. LOL. Den habe ich eigentlich nicht drin gesehen. LOL. 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 Ja, keine Chance. Da braucht ich zu lange, um da hinzukommen. Wir haben noch Zeit. 1, 4. So. Ist noch Zeit. Wir machen jetzt ein Fake. Ey, machen sie wieder nicht. Ich bin tot. Okay. Ja, mach ihn. Also komm, nicht hin. Ich habe keinen Boost. Ja, habe ich. Immer noch keinen Boost, Thor. Du musst hoch am... Ja. Ah, sorry. Sorry. Habe ich. Nochmal. Oh, la, shit. Ich bin schon voll nach vorne gefahren. Kein Boost mehr. Jetzt. Nee. Es ist auch alles gegeben. Letzten Sekunden hier. Aber jetzt ist er noch nicht drin. Okay. Ah, spawn doch. Ja, wow. Man spawn ich da, wenn er kurz vor mir den Boost wegnimmt, oder was? Ach, schade. Egal, Leute. Dann mal ein Match. Leider verloren. Aber dafür das erste umso geiler gespielt. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und dann den zweiten, den zweiten, den zweiten Folgen. Bis dann. Und rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Aufs geht schon bei. Tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017